Hallo, hier ist der Martin von Mann im Ankees, das ist die DAX-Analyse für nun, ja, ich sehe es gar nicht mehr, muss man das Bild wegnehmen, den Dienstag, 5.9.2023 haben wir, Titelbild habt ihr noch vor Augen, kann es auch nochmal einblenden, unser DAX ist ganz schön wackelig hier auf den Beinen gewesen zum Montag, ähnlich wie ich, ich durfte mal auf Krücken probieren zu laufen, ob das dann klappte, das sah ähnlich aus, hat auch nicht geklappt, sah erst optimistisch am Morgen aus, Mensch, hat mich auch gefreut, wie es sah, dass ich vielleicht um den Rollstuhl drumherum komme und es doch irgendwie mitkriegen geht, aber es hat überhaupt nicht funktioniert und ähnlich kann man das im DAX zusammenfassen, wenn wir auf unsere Analyse schauen, was wir von ihm wollten, hatten wir gesagt, und dass er gegebenenfalls zum Start hier nochmal ein bisschen positiv auch rein starten kann, 929 soll der Anteilchen dürfen, dann sich aber recht früh runterdrehen, ich hatte gesagt, wenn er deutlicher rüber geht, auch über 900, wäre das für mich eher eine positive Vorlage, auch für Long, Richtung 16.000, so haben wir es gesagt, wenn er unter 15.900 arbeitet, hatten wir gesagt, würde dann aber eher tendenziell wieder auf weitere Tiefs unten durchgereicht werden, Richtung 15.800, 77 und so weiter, die ganzen kleinen Dinger, die wir hier vorgezählt haben, er ist positiv reingekommen, ist dann da hochgegangen, auf die 59, muss ganz ehrlich sagen, mich hätte das in dem Moment, also wer sich da vielleicht Long eintriggern lassen hat oder Long reiten lassen hat, unsere Analyse hat zum Beispiel auch ein Long-Signal gerufen, das habe ich aber gesperrt, nicht weil ich ihm nicht zugetraut hätte, zur 16.000 zu kommen, sondern ich habe das nur gesperrt, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass er da oben stehen bleibt, ohne amerikanischen Handel zum US-Feiertag, hatte ich mir gedacht, Mensch, der macht da oben jetzt zwischen 9.50 und 9.20 bis 20 Uhr einfach zur Seite und deswegen hat man Elisa rausgelassen, hatten aber klar gesagt, wenn er unter 9.20 geht, dann kippt er nochmal zum Gap Close, 8.40 haben wir gesagt und 8.100 als Chance und das haben wir beides noch bekommen, 7.80, das wären so unsere Ziele gewesen, für diejenigen, die die Updates bekommen, Premium-Bereich, da gibt es auch immer mal Leute wieder, die mit unserer Website das nicht finden oder was, immer wieder fragen, wo, wie, was moneymonkeys.com hier, money-monkeys und dann Punkt und komm hinten dran, COM und dann seid ihr auf unserer Seite, könnt ihr über auf Member klicken, nachdem ihr euch registriert habt, kostenlos angemeldet habt und dann seht ihr hier so alles halt, ne, dann seht ihr da letzten Updates, die wir rumschicken, dann seht ihr die, dann seht ihr die Mockenanalyse, Infos zum Seminar, Watchlist, Chat, könnt hier Fragen drin stellen, könnt mit uns reden, also hier schreibe auch ich, was, hier schreiben auch Kollegen was, hier ist immer jemand da, der Fragen beantwortet, könnt ihr immer gerne reingucken, ich gehe eigentlich immer schon davon aus, dass jeder, der die YouTube-Videos guckt, das auch kennt und das auch als Kontaktmedium zu uns nutzt, weil dafür ist es halt da, ne, also, das wollte ich an der Stelle einfach nur noch mal gezeigt haben, ähm, ansonsten müssen wir was festhalten, der DAX ist umgedreht, hat die 29 nach unten umgechickert, damit Gap zugemacht und runter, er hat eigentlich genau das beschrieben, was gemacht, was ich vom Bewegungsverhalten sehen wollte, dieses frühe Hochstechen, dieses Eindrehen, dieses Runter, dieses dann Gap zu machen, wir haben das genauso erzählt halt, ne, nur dass er sich oben nicht an die Barriere gehalten hat, er hätte ein bisschen tiefer drehen sollen, ähm, passt, tut aber dem Ganzen nichts ab, es ist kein höheres Hoch entstanden, also der Trigger hier, der ist nicht berührt worden und er ist jetzt auf ein tieferes Tief gefallen, ja, und jetzt sind wir in dem Stadium, das wir sagen müssen, auf Tagesebene, haben wir jetzt hier eine zweite rote Tageskerze, dahinter bekommen, dahinter gerammelt bekommen und die steht jetzt zwar auf dem mittleren Band auf, aber darunter geht's halt auch, es ist halt viel Platz halt, ne, also, das muss man ein bisschen vor Augen behalten, so wie wir das gestern gesagt haben, wenn der DAX da jetzt nach unten wegrudert, der kann die ganzen Marken der ganzen Woche der letzten Tage einfach wieder abarbeiten, ja, also das hab ich, so wie ich es gestern gesagt habe, auch so gemeint, das Einzige, was ich gestern so gesagt habe, äh, nicht so gemeint habe, wie ich es gesagt habe, war mit der Verfallswoche, ich hab mich gewundert, warum die Leute schreiben, Martin, es ist gar keine Verfallswoche, weil ich weiß, dass es gar keine Verfallswoche ist, aber ich hab das wirklich so gesagt, also ich muss das mir auch selber noch mal anhören, und ich weiß nicht, ob es die Schmerzmittel waren oder wie auch immer, ich glaube, das hing damit zusammen, dass ich die Morgenanalyse direkt eingesprochen habe, nachdem wir unser Webinar hatten, wir hatten am Sonntag auch eine Stunde Webinar gemacht und da geht's dann immer so ein bisschen darum, die Markteinschätzung für die nächsten zwei Wochen mitzugeben, so, das Webinar war jetzt am 3. September und das nächste Webinar ist am 17. September und dann ist der Verfall schon rum und deswegen haben wir uns im Webinar intensiv schon mal angeguckt, wo ist der Verfall, wann ist der Verfall, wird das jetzt für uns in den nächsten Wochen relevant und dann habe ich irgendwie diesen Zungenstach mit in die Morgenanalyse reingenommen, aber nein, es ist noch keine Verfallswoche, erst nächste Woche, ja, es ist jetzt noch keine Verfallswoche, erst nächste Woche, immer die Woche mit dem dritten Freitag, da hat auch einer in den YouTube-Kommentaren richtig reingeschrieben, so vollkommen richtig, ich weiß das auch, hab's aber irgendwie falschen Zuckenschlag reingebracht, also, mir ist trotzdem wichtig, es ist September-Verfall, mir ist persönlich der September-Verfall am wichtigsten im Jahr, ich finde immer, der ist mit der meisten Bewegung untersetzt, während im Dezember eher ruhig ist, Dezember hat auch ein schönes Volumen, ist aber eher ruhig, März ist eigentlich auch nicht so spektakulär, hat aber immer schöne Trendwendepunkte, also ein März-Verfall, tut gerne auch mal eine komplette Richtung ändern vom Markt, in der Juni sind wir so ein bisschen Durchlaufposten halt, danach geht es immer seitwärts, das ist eher unspektakulär, aber September-Verfallswochen, die haben es oft in sich, und deswegen war das schon ein guter und wichtiger Hinweis, auch das ein bisschen mit dem Auge zu behalten für die nächsten Tage, denn man wird sowas spüren, und wenn es Marken gibt, die eine große Anziehung für Verfallsmarken haben, dann ist das sowas wie eine 15800, dann ist das sowas wie eine 16.000, und dann muss ich nicht ins Optionsbuch reingucken, das kann ich mir an zwei Fingern ableiten, das sind die Marken, die die Leute im Kopf haben, das sind dann auch die Marken, die die Leute kaufen, das ist einfach so, das ist wie beim Lotto, wer spielt 58, 57, oder jetzt hoffe ich erzähle keinen Quatsch, echt lange nicht mehr Lotto gespielt, irgendwo da hinten gibt es so letzte Zahlen hier, keine Ahnung, 49, 51, die meisten spielen immer Zahlen von 1 bis 30, warum? Das ist ihr Geburtsdatum, das ist ihr Hochzeitstag, irgendwie sowas, das sind die Zahlen, die die Leute im Kopf haben, und so ist es natürlich bei den Optionen auch, wenn die Leute sich hier dicke Optionen holen, nehmen sie Marken, die ihnen bekannt vorkommen, wie eine 16.000, 15.800 Euro, wo sie was mit assoziiert bekommen, und packen da dann ihre Kohle drauf, und stellen den Markt einfach, dass sie sich an der Mark orientiert. Wir haben jetzt hier in zwei Stunden, ich habe noch was, also das ist bloß zur Richtigstellung, wir haben hier eine sichtbare SKS drinstehen, da müssen wir erwähnt haben, hier quasi eine Schulter, hier ein Kopf, wir haben hier noch eine Schulter, wir können hier unten die Nackenlinie ziehen, auf dem Bereich um 15.820, und sollte unser DAX jetzt sich nach unten rauslösen, hält er natürlich auch aus dieser SKS-Formation, ich hoffe, ihr seht das, ich kann jetzt leider nicht das Snipping-Tool verwenden, aber wir könnten es vielleicht anders machen, weil ich das ja freigegeben habe, guck mal, wir machen es mal so, Schulter, Nacken, Kopf, zweiter Nacken, zweite Schulter, Nackenlinie, dann runter, Hullweg, Ausbruch, Ziel dabei so viel wie, Kopf zur Nackenlinie, das wäre das Bewegungsziel nach unten, das wäre eine SKS, wenn sie denn der DAX sauber auflöst, ja, das auch ein bisschen mit dem Hinterkopf behalten, und schon, wenn ich den Tagesschart angucke, mit dem mittleren Bollinger Band, wird es einfach so, wie wir es gestern gesagt haben, wenn unser DAX anfängt, wegzudrehen, auch unter 900, wegdreht, immer wieder auch versuchen, den Short zu suchen, auch aktiv zu suchen, und immer wieder auf ein neues Tief hinzutreten, ne, das habe ich gestern gesagt, und dann eben aber auch auszunehmen, auszunehmen, ein bisschen Rücklauf abzuwarten, nächste Bewegung wieder abzupassen, ne, der wird bestimmt auch am Dienstag, vielleicht erstmal nach oben rein starten, 880, 900 nochmal anditschen, vielleicht 860, 900 irgendwie in den Bereich, könnte ich mir vorstellen, das erstmal wieder nach oben rein startet, sich dann da wieder dreht, wieder runter macht, wieder ein neues Tief macht, dann vielleicht so 780, 760, von dort dann wieder nach oben zurückzuckelt, wieder runter macht, ne, und würde ich persönlich, würde einfach versuchen, diese Bewegung dann immer so ein bisschen mitzutraden, ähm, aus diesen Rückläufen heraus, ne, positiv überraschend würde mich, wenn er sich klar über 29 etabliert bekommt, ja, das würde ihm aus dem Abwärtstrend helfen, der hier entstanden ist, und auch wieder Karten nach oben öffnen, aber dort dann genau hingucken, ne, wir haben auch bei uns das Update rumgeschickt, hier bei 59, als da sichtbar war, dass der dann nicht drüber wollte, haben wir auch geschrieben, hat keine Lust auf weiter zu steigen, ähm, achte da ruhig drauf, und wenn ihr sowas seht, der Markt da auch noch keinen Bock mehr hat, weiterzumachen, kannst du auch unten Stop Sell einfach reinpacken, guckst dir die letzten Tiefs an, sagst, okay, wir hatten jetzt zum Beispiel hier oben gesagt, dann, wenn er unter 29 fällt, dann geht's weiter runter, und das, das kann man hier ähnlich machen, ja, und dann immer wieder gucken, wie macht das sich in der Erholung, und wenn die wegdreht, dann eben weiter runter, ja, und das heißt, soweit erstmal meine Erwartungshaltung, eigentlich ähnlich wie gestern, würde das Gleiche erwarten, wieder ein bisschen kleiner Start nach oben, eindrehen, dürfte sich auch bis Mittag Zeit lassen, das muss jetzt nicht ganz so früh erfolgen, ja, reindrehen, und dann hinten raus wieder runter, ein neues Tief setzen, wie gesagt, oberhalb von 29 würde ich eher ein bisschen Piano machen, mir angucken, wie er sich dort schlägt, und wenn er Stärke zeigt und beweist, dann darf auch ein Long da oben dann reingesetzt werden, das definitiv, joa, ansonsten, ich habe sehr viele Mails bekommen, ihr habt es wahrscheinlich auch an YouTube-Kommentaren gesehen, wenn ich hier aufrufe, da war heute sogar einer da, der hat mir ein Leckermäulchen vorbeigebracht, vom Zero to Hero war hier, Krankenhausbesuch gemacht, also, war hier heute gut versorgt, auch mit den ganzen Seminarmails, die Leute, die sich nach dem Seminar erkundigt haben, habe ich noch nicht eine einzigste beantworten können, das jetzt mir nach, das war jetzt einfach zu viel, habe ich mir ein bisschen selber ein Ei gelegt, das ganze Postfach hat geglüht, da kamen überall Genesungswünsche und alles rein, ich werde das jetzt mal versuchen, irgendwie die nächsten zwei Tage in Angriff zu nehmen, Stück für Stück mal alles runter zu arbeiten, ja, nicht, dass er da denkt, das ist irgendwie nicht angekommen, wenn er es dann nochmal schickt, macht er mir noch mehr Arbeit, Mails kommen in der Regel einmal an, ja, und ich gebe die nächsten Tage einfach mal ein kurzes Feedback, so nach dem Motto, ich bin jetzt durch, wer noch keine Antwort gekriegt hat, der meldet sich bitte nochmal, und dann könnt ihr vielleicht nochmal schreiben, wenn ihr nichts gekriegt habt, aber kriegt von mir eine Antwort, kriegt jeder immer von uns eine Antwort, da bleibt keiner raus, gut, also, ich würde hier ausmachen, leg mich schon auch gleich hin, wünsche euch Spaß, gutes Klingen, und dann hören wir uns morgen wieder, bis dahin, tschüss.